Wie schafft man es, als IT-Fachmann die Apotheken-Szene aufzumischen? Diese und weitere spannenden Fragen kann euch Ralf Degenhaus, Gründer der Versandhaus-Apotheke Doc Morris, am 12.12. beantworten. Und das Spannende an der Sache, direkt nach seinem Vortrag wird Ralf eure Fragen beantworten. Wie war sein Geschäftsmodell? Welche Erfahrungen kann er euch mitgeben? Wir freuen uns auf einen spannenden, inspirierenden Abend, Unternehmer-Live erleben, 12.12.18 Uhr, Creative Hall, Hessstraße 89. Jetzt anmelden unter ulife.sce.de. Wir sehen uns!